und willkommen zurück zu einer neuen folge assassin's creed odyssey sowie versprochen leute werden wir heute noch ein bisschen mit fragezeichen weitermachen bis 35 haben wir eh nicht mehr allzu viel und ich würde sagen 35 sind dann müssten hier auch die fragezeichen weg sein und haben wir alles erledigt und dann können wir auch haupt story weiterspielen ich würde sagen wir gehen mal gleich hierher der ort ist eh noch unentdeckt und dann schauen wir doch mal so 583 schmiede also wie gesagt ich werde auf ihn ich werde nicht jedes fragezeichen in dem spiel erledigen ich glaube das wäre zu viel des guten aber so halt dass wir halt ein bisschen leveln und sowas bluten und leveln ist nie verkehrt vor allem auch wegen der kohle ist klar ich glaube jemals pferdchen sind wir schneller aber dann nicht hoch sieht wieder ganz aus wie ein alphatier oder so erledigen irgendwie in dem füllen auch Okay. Sehr schön. So, gefallen mir die Fragezeichen. So. Vernabter Berg Pendelikon. Äh, Pendelikon. Leute, wenn euch das hier gefällt, was ihr hier seht, dann lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ein Däumchen nach oben. Ja, super. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Auf jeden Fall, guck mal Ressourcen mit, wenn wir denn was sehen. Ich weiß, ich habe auch schon viel übersehen. Aber es hilft ja leider nicht. Dann kann ich nicht alles mitnehmen. Mammor Steinbruch des Pendelikon. Ach du Scheiße, hier fahren wir doch schon mal, oder? Äh, blablabla, blablabla, blablabla. Oh, du Scheiße. Okay, das könnte ein bisschen dauern, glaube ich. Fahren wir hier nicht schon mal? Ach du Scheiße. Geht's denn hier eigentlich rein? Ach du, das ist einfach nur ein Wasserbecken, oder was? Jetzt keine Gehemgänge. Sieht nicht so aus. Geht's denn hier, wie geht's denn hier? Das ist nicht so leicht. 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 Ok. Kriegs vorrulag noch. Was machst du denn da? Das ist nicht so leicht. In mir Evans-Arton llega auf meinem Kopf. Es fehlt dein Kopf. Das ann lest dir, dass ich gewannen darf. Das 자리 gewinnen darf. Sehr schön. So, hier haben wir gleich drei Fragezeichen auf jeden Haufen, wo so lubbing mir das ist. Okay, das ist bloß eine Stadt gewesen. Dann gleich hierher. Aber wahrscheinlich haben wir da vorne auch was zu erledigen. Eine Silbermine. Ich mach mit Kno drauf. Okay, das ist ein paar Geek, ne? Ah! nicht durch die gedicht schätze können es ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ernsthaft? Sieh nur all das Silber. Hierauf gründet also Athens Reichtum. Okay, ein Schatz noch. Unten. Sieh. 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 hat er gerade noch gesehen wie ein schlingel den ja wie finde ich denn den hier unten vielleicht Was geht da drüben vor sich? Was geht da drüben? 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 Ich glaube, wir werden uns den Kultisten in der nächsten Folge anschauen. Jetzt haben wir hier die Fragezeichen noch fertig. Und dann schauen wir uns den Kultisten in der nächsten Folge an. Da kommen wir relativ gut rüber, würde ich sagen, mit dem Schiff dann. Das war's. Das ist das Städtchen. Dann machen wir die zwei noch, würde ich sagen. Und dann... Schau mal. Alter, warum stimmt das denn nicht? Abgebrannter Tempel der Hera. Das Gebiet wird sicher... Ja. Ja. Alter, du stirbst leider. Das ist auch wieder im Wasser, oder? In der Worte. In der Worte. Alter. Alter. Oh, ein Skin gekriegt für unsere Matrosen. Okay, Leute, da würde ich sagen, so, wir gehen doch gleich mal, bitte, einmal hierher. Da war ich doch schon auf der Insel, oder? Und snacken wir uns den jetzt gleich. Ja, deshalb ist es gut, wenn man ja die ganzen Fragezeichen macht, deswegen weiß ich jetzt aber nicht, ob ich alle machen soll oder nicht. Weil man kriegt halt dann doch so blöde Hinweise, die man vielleicht braucht, für diese blöden Kultisten. Ich glaube, da kann man rüberschwimmen. Ich muss halt auch mal schauen, wie viel auch Heiler Kost stehen, Steine, die wir schon haben. Da gibt es auch so einen Händler, der verkauft uns gutes Zeug, glaube ich. So, okay, wir markieren uns das gleich mal. Hier können wir rüberschwimmen. Sieht sehr seicht aus. So, wo ist er denn? Da drüben auf der Insel ist er. Okay. Dann, Abflug zu dem. Schauen wir mal, wenn alles gut geht. Äh, legen wir den vielleicht noch in der Folge. Wie gesagt, müssen wir halt schauen, wie gut der bewacht ist. Gibt es hier vielleicht so ein kleines Bötchen oder so? Wo wir fahren könnten? Schaut nicht so aus. Okay, dann schwimmen wir jetzt schon rüber. Ich denke, wir müssen wissen, ob wir die killen könnten, wenn wir die nicht aufgedeckt hätten. Ach du Scheiße. Äh, ob wir die denn auch killen könnten. Kein Zufall halt. Wir müssen mal schauen, ob wir uns hier irgendwo... Wir haben auch nichts... Wir müssen mal schauen, wenn es nicht để் Ah! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Du Dentschel doch her, du Penner. So, wir haben neuen Hinweis bekommen, oder? So, das heißt, wir bräuchten jetzt noch hier den einen und dann hätten wir schon hier so einen Zweig fertig. So, wir müssen doch nochmal Gefangene befreien oder irgendwie sowas, oder? Gefangene befreien, Schatz, plündern. Gefangene befreien, Schatz, plündern, Schatz, plündern, Schatz, plündern, Schatz, plündern. So, drei, dann brauchen wir nochmal drei. Hinten, ah, dort unten, okay. Hilfe, ich bin ihr eingesperrt! Du hast mich gerettet, danke! Sehr schön. Dann sind wir doch bald 35. So, wir haben jetzt hier oben noch irgendwo einen, oder? Die könnten wir uns eigentlich auch mal snacken. Verlassener Wald, hier können wir eh noch nichts machen. Wir könnten dann aber hierher porten und dann hier hochfahren. Ich würde sagen, Leute, den machen wir in der nächsten Folge. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird sehr, sehr spannend. Ist auf jeden Fall eine Seeschlacht. Also denke ich mal, dass es ein bisschen härter werden wird. Aber ich glaube, den könnten wir auch packen, der ist 31, wir sind 34. Ich werde schon mal dahin porten. Oh, ich kann jetzt gerade nicht, wahrscheinlich, weil ich hier im Kriegsgebiet bin. Äh, genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß in meinem Kanal, reingehauen. Ciao, ciao! Euer Andi! Bis dahin.